Wir sind hier zurück und was haben wir nicht schon alles hier erlebt mit dieser Mannschaft in den vergangenen drei Jahren. Nun ist es soweit, wir stehen in der Premier League, in der höchsten Spielklasse Englands und hier werden wir gegen Swansea City antreten und hoffen natürlich gleich hier mal auf einen guten Premier League Start. Ja, Ghani, der wird jetzt von Beginn an dabei sein, das war ja schon eigentlich so ein bisschen ausgemacht, wie wir alle wissen, wenn der eine nichts reißt, kommt der andere. So, Premier League, Swansea City, Exeter City, es kann losgehen und da ist ja viel was. Von Williams abgefangen, der auf Williams gehen hätte sollen. Und wissen, nein, Linz. Das Spiel gleich wieder schnell, er warte. Taylor. Hat es geschafft, hat seine Mannschaft hier in die Premier League geführt. Na gut, zehn Minuten sind schon oben. Noch keine Torschauce hier gesehen. Jetzt mal über Williams hier. Son, macht er schon vor, der steht eins, zu 0, also 0, 2 eins. Son macht es. Exeter füllen sich auswärts. Yes. Schön gemacht hier, Williams, aufgang jeder, zögert er, zögert er, zögert er, schaut, wo steht er frei ist, son bietet sich an, legt sich den einmal vor und zieht ab. Son, 14er Minute, kick kommen von Tottenham. Heumings, son, ich kenne noch aus der Zeit von Leverkusen. Standard, 18er Minute, kickball, schickball, 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 gottelt er, zögert er, zögert er. Michael aggressive, Keller equipo ist voll savvy und zögert erz없et er, zögert er, zögert er, zögert er, zögert Masse. Iskerberger philanthropist, die nyagaieriserën, zögert er, zögert er, zeugert er, zögert er, niemevielfältigy, aber zieht er.- täler voll aber ludwig wilna son täler auf kann und ausgleich wird schon die zielung oder so wie die team das ist oder kann man nicht Ich will es schlafen. Ich will es schlafen. Ich will es schlafen. Ah, Peike. war das sehr junges team aber spielt es gut richtig gute möglichkeit wiederum blanco willner williams da passt nicht so gut messer beim holen und vito setzt ein drauf 2 1 das wird bitter Doppelpack von Baselianer Baker Baselianer Genni Tejla Dommal tejla Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wird sicher hier noch sehr spannend Untertitelung des ZDF, 2020 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 in den stunden schaltet ohne es bemerkt zu haben das problem zu beheben war das absatz oder nicht dass die frage jetzt täler das war kein abseits und das gibt es nicht bitter sehr bitter und täler an die stange das der einstand hier ist nicht so gut in die bürmer League ja man spielt es zwar nicht schlecht muss man sagen man spielt es über weiter strecken gut nur vom Tor wird es dann immer ungefährlicher jetzt Kameric das gibt es nicht das 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 genau so ist auch nicht passieren jetzt jetzt wird ein bisschen unkonzentriert auch noch da gibt es keinen Foul gleich weiter auf Kameric Williams hat ihn raus ja da ist er draußen der Torwart kann nicht ausstehen und Meyer zieht ihn direkt ins Tor erstes Premier League Tor von ihm dem Österreicher 3 zu 2 und jetzt muss man noch alles vorsetzen in den letzten 10 Minuten hier oh Son geht jetzt auch Rossi kommt Rossi aber das könnte es jetzt gewesen sein ja 3 zu 2 Niederlage zum Auftakt ja viel Pech dabei spielerisch kann ich meiner Mannschaft jetzt nicht so viel anhängen glaube ich Verteidigung ein bisschen geschlafen natürlich aber wir sehen uns beim nächsten Mal und Kopf hoch bis dann